Servus, ich weiß jetzt nicht wie überzeugend es rüberkommt, aber ich wünsche euch definitiv allen mal einen wunderschönen, aber auch eben in allererster Linie gesunden Tag und nur um eine Sache von Anfang an klarzustellen. Falls ich heute nicht so begeistert, enthusiastisch rüberkomme wie in den letzten Piergertests, dann liegt es nicht daran, dass mich die Lautsprecher nicht überzeugen konnten, sondern einfach an der Tatsache, dass meine Schulter-OP vor 10 Wochen leider nicht hat sein sollen, sind jetzt ohne guten Grund alle meine Ersatzbänder gerissen. Das heißt, ich habe jetzt noch mal mindestens eine, wenn nicht zwei OPs vor mir. Momentan sieht es nach einer Sehentransplantation aus, eben nochmal zwei bis drei Monate Verdienstausfall, nochmal Schmerzen und so weiter und so fort. Erklärt das meine heute wahrscheinlich etwas gedrückte Laune und da ich in den letzten zwei Tagen eben so gar nichts zu gebrauchen war, wollte ich eben die Lautsprecher wegschicken, solange ich überhaupt noch in der Lage bin. Habe ich mich aber heute eben aufgerafft, weil ich eben gerne über die Lautsprecher reden will und das möchte ich heute eben machen. Dafür allerdings, weil es ein bisschen kurzfristig ist, habe ich jetzt nicht so die Notizen, bin ich so vorbereitet, aber ja, gucken wir mal, was draus wird und ich fange einfach kurz mal mit dem Preis an. Die Pierga Coax 511, ja, als ich sie bekommen habe vor knapp ein paar Monaten eben, waren bedingt durch die Covid-Krise preislich bei knapp über 8.500 Euro angesiedelt. Und ich will es jetzt nicht direkt als Schnäppchen bezeichnen, aber man hat sehr, sehr viel Klang, wenn auch vielleicht nicht von der Größe an Lautsprecher bekommen, sind sie aber jetzt schon wieder auf knappe 11.500 hoch. Also hat sich wieder stabilisiert der Markt, nicht ganz so gut für euch, aber ja, da wisst ihr halt jetzt, worauf es steht und es ist definitiv schon mal kein kleiner Betrag. Deswegen ist es nicht für jeden passend, aber hört euch einfach mal an, damit ihr mal vielleicht seht, was man denn in den höheren Klassen bekommt. Und in Sachen Design ist es jetzt kein so ein Riesenunterschied im Vergleich zu den Pierga 701 Premium, denn ihr habt ein sehr, sehr ähnliches Design, wobei ihr hier zum Beispiel halt keine Standfüße seht. Ihr habt eben schon vormontiert vier Füße und das heißt, ihr packt das Ding einfach nur so aus und stellt es auf. Ihr müsst nichts mehr montieren, gar nichts. Habt eben das wirklich dezente Lautsprechergitter, dieses vormontierte eben, das eben mit Magneten hält, wirklich eine schöne Sache. Entfernt finde ich es noch ein bisschen schöner, wobei das manche vielleicht ein bisschen eleganter lösen eben, dass man die Chassis eben plan einlässt. Aber das geht ja hier nicht, dadurch, dass sie halt nach außen schwingen und sie aber eben mit Abdeckung plan sind, müssen sehr vertieft sein, macht das alles Sinn. Natürlich ein Riesenhochtöner, wobei von den vier Chassis, die zwei unteren passiv sind. Das heißt also, wir haben ja eine Passivmembran und kein Bassreflex oder sonstiges. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, hauptsächlich allerdings Vorteile, zu denen wir noch kommen. Gibt es dann designtechnisch noch zu erwähnen, dass es drei Farben gibt. Einmal eben Alupur, dann eben weiß lackiert und nochmal eben schwarz. Das ist dann allerdings eloxiert. Sonst allerdings vom Design alle gleich und ich finde es wirklich schön, natürlich ist es eine Geschmackssache, nicht jeder mag sie. Vor allem, manche mögen auch bulligere Lautsprecher, breitere, vielleicht höhere, alles persönliche Geschmack. Auf jeden Fall, denke ich mal, kann man sie nicht als hässlich bezeichnen, wobei auch das subjektiv ist. Haben wir dann hinten schöne B-Amping-Terminals, die ich jetzt leider nicht zeigen kann. Bewegen ist bei mir gerade leider nicht drin. Von der Verarbeitung her absolut tadellos. Da gibt es ja absolut nichts, was man irgendwie auch nur versuchen könnte zu finden. Sie sind sehr edel verarbeitet, alles absolut top. Von der Aufstellung einerseits sehr gut, weil sie ja dadurch, dass sie nicht so groß sind, relativ leicht Platz finden, aber auch nicht wirklich irgendwie jetzt so wählerisch sind. Also ich habe sie hauptsächlich eben so grob mal aufgestellt. Man zielt grob auf sich, dass wir so knapp eben einen Sweetspot hinkriegen von dem Lautsprecher-Dreieck und das hat im Prinzip funktioniert. Habe ich sie ein bisschen nach außen gewinkelt, nach innen, hat es keinen wirklich negativen Einfluss gehabt. Das heißt, ihr müsst da jetzt nicht so viel aufpassen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem der Sweetspot dadurch, dass eben auch gerade die Bändchenhochtöner sehr, sehr breit abstrahlen, war sehr, sehr schön breit. Also man kann ja auch mit mehreren Leuten Probleme besitzen, das Ganze genießen. Ja, ansonsten vom Verstärker, da sind sie ein bisschen wählerischer, gerade wenn es um die Power geht, weil die wollen schon viel. Also in der Regel jetzt zum Beispiel gerade mit der Project-Combo hier, habe ich sie gar nicht mal so laut nutzen müssen. Also ich war in der Regel so bei der Hälfte, habe allerdings eher so auf, sagen wir mal, so 8 Uhr die Lautstärke gehabt. Allerdings eben gerade bei Filmen mit einer sehr, sehr hohen Dynamik, die auch leiser abgemischt sind, waren die teilweise schon auf Dreiviertelhof gedreht. Und dann haben sie es sogar geschafft, mir die Stereo-Endstufe hier, denke ich mal, sogar zu beschädigen, weil wenn die Dynamik kurzfristig zu hoch war, ja, wollte die Endstufe halt nicht mehr mitmachen. Die Lautsprecher haben das locker verkraftet, sollten allerdings dann eben die Monoblöcke da leichter mit klarkommen. Aber wir reden hier bei der Stereo-Endstufe eben von 140 Watt, die zwei Monoblöcke haben dann 200 Watt. Und ich würde auch eher davon ausgehen, dass ihr mal so nach 200 Watt guckt, denn zum Beispiel auch die Quad-Combo, die ich da hatte und auch die von AudioLab, die hat ein Problem, dass die Power, muss ich halt persönlich sagen, hat mir gerade von der Abstimmung die digitale hier einfach in Form mit dem Project deutlich besser gefallen, weil die ein bisschen klarer, brillanter abgestimmt sind und das eben einfach den Charakter der Lautsprecher unterstreicht. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also schon wie damals bei den Piegas kommen die mit Class D hier irgendwie besser zurecht. Wahrscheinlich, weil es eben auch gerade bei den Premiums ja digitale eben aktive Lautsprecher gibt und die so abgestimmt sind, dass das denen am ehesten passt. Aber auf jeden Fall viel Leistung mitbringen, wobei ihr gar nicht so viel braucht. Also wenn ihr jetzt nur Musik hört und die eben normal abgemischt ist, dann tut sie normal, aber je mehr Power sie haben, desto besser können sie sich entfalten. Das merkt man definitiv schon, weil das bringt mich eben auch schon zu der Sache mit der Lautstärke und dem Klang. Am Anfang dachte ich, die brauchen schon ein bisschen mehr Lautstärke, einfach um sich ein bisschen zu entfalten, einfach ein bisschen aus sich rauszukommen. Aber je länger ich sie da hatte eben, wahrscheinlich weil sie auch neu waren, bis sie sich eingespielt haben und das hatten sie in den letzten Monaten, die ich da hatte hier, definitiv die Zeit zu, wurden die immer lockerer. Die Treiber wahrscheinlich eben gelockert und haben das dann deutlich schöner auch schon geschafft, bei dezenten Lautstärkestufen mich zu überzeugen. Und in letzter Zeit, also auch gerade gestern nochmal, als ich Depri war und Musik gehört habe, um mir ein bisschen die Stimmung zu erheitern, da haben die mich auch leise absolut überzeugen können, weil eben auch gerade die Stimmen schon sehr, sehr gut zurechtkommen, der Bass sich entfalten kann und so weiter. Also das machen sie wirklich gut. Sie können, je höher sie sind, noch eben besser zeigen, was sie können, weil sie auf jeden Fall in größeren Räumen deutlich potenter spielen wie noch eine 701er. Aber sie kommen echt gut auch in leisen Stufen, auch klar. Vom Auftreten her ist es jetzt kein Riesenlautsprecher. Also sie wirken definitiv klanglich größer, als sie sind. Aber bei Weitem halt nicht so wie eine Premium, die eben schon nochmal ein gutes Stückchen kleiner ist. Aber sie sind halt definitiv deutlich größenraumtauglicher, weil die Premium in dem Raum kommen relativ gut hier, so bei knapp 30 Quadratmetern zurecht. Sind die allerdings jetzt eher Lautsprecher, die mindestens mal, würde ich mal sagen, 25 Quadratmeter wollen. Und dann kann es auch gut und gerne mal ein gutes Stückchen größer sein, weil gerade die Bühne, das ist komischerweise irgendwie Piegas Ding, ist hier das absolut herausstechende Signal. Denn erstens haben sie eine sehr, sehr luftige, klare, aber eben auch riesige, große, weite Bühne, ohne dass hier irgendwas gekünstelt wirkt. Und gerade die Dialogbühne, wie auch schon bei 701ern, ist sehr, sehr breit und kommt auch genauso zu euch. Und das Ganze hat wirklich super Klangfrecht. Also wenn ihr in einem großen Raum die gut aufgestellt habt, dann haben die auch eine sehr, sehr schöne Tiefenwirkung. Und das Ganze, ihr fühlt euch allerdings mittendrin, weil ihr habt zwar den Hauptklang vorne, aber gerade auch der Bass und der ganze Rest kommt schön zu euch. Weil es gibt so viele Lautsprecher, da hört sich das immer distanziert an. Kommen die euch entgegen, wobei der Hauptpunkt natürlich schon noch vorne ist, wie es ja auch gedacht ist. Aber das ist so eine Sache, die mir bei denen sehr, sehr gut gefällt. Ihr hört nicht direkt einen Lautsprecher, ihr hört halt den Klang und der kommt halt von irgendwo und weiß alles abzudecken. Es ist nicht so, hier kommt ein Klang vom Lautsprecher und da kommt ein Klang vom Lautsprecher. Das klingt komisch, ist auch egal. Also man kann sie nicht so direkt orten. Wenn allerdings eben das Punkt genau sein soll, dann ja. Aber wenn es eben diffuser, wie von der Musik eben gedacht ist, gedacht ist, dann absolut. Von der Signatur, sie sind nicht ganz neutral. Also so ein ganz kleines bisschen, will ich sagen, angehoben, aber leicht warm sind sie im Bass, aber wirklich so, so dezent. Bei weitem nicht auf einem Level von der Werft der Elysian. Also die ist, würde ich sagen, nicht nur vielleicht neutral, sondern fast in Richtung schlank, während die dann neutral, leicht in Richtung warm. Und das finde ich sehr, sehr schön. Oben sehr, sehr schön hoch aufgelöst, mit sehr, sehr viel Höhen allerdings sehr, sehr seitig. Und mitten, und das ist eben Piegas Kunst, die absolut auf einem Level sind mit dem Rest, wo da nichts irgendwie überhand nimmt, dass der Bass mehr irgendwie auffällt oder die Höhen oder so weiter. Die Mitten wissen ja absolut auf dem gleichen Level, sich zu überzeugen und sich zu präsentieren. Und bei dem Bass kann ich direkt schon mal sagen, ich habe mehr nicht erwartet. Das klang falsch. Ich habe deutlich mehr bekommen, als ich erwartet habe. So, denn auch wenn sie jetzt, glaube ich, mit 32 Hertz nur 2 Hertz tiefer angegeben sind als die Premium, machen diese 2 Hertz extrem viel aus. Vor allem eben, weil es schon wie erwähnt, das ist ja ein Passivmembransystem. Das heißt, ihr habt hier eben alle Vorteile eben von dem Passivmembransystem, dass ihr eben nahezu den Tiefgang und die Power eines Bassreflexsystems habt, ohne allerdings die Nachteile vom Bassreflex, wie gerade bei den 701ern bei Filmen, wo ich es gemerkt habe, wenn ihr so einen Herzrhythmus habt, dann flappert da so viel komische Luft, unkontrolliert aus dem Bassreflexrohr, dass da schon fast was beschädigt wirkt. Das habt ihr hier halt nicht. Hier habt ihr das absolut präzise und ihr habt eben im Prinzip die Kontrolle, die Präzision eines geschlossenen Lautsprechers, allerdings eben mit der Wucht und mit dem Volumen eines Bassreflex. Und das eben auch gerade meiner Meinung nach ist das allgemein die beste Lösung. Gefällt mir sehr, sehr gut, weil ihr bekommt ja eben dieses extrem kontrollierte, präzise vom Bass, aber hier eben so umgesetzt, dass es nicht unbedingt dieses Trockene hatte, diese Härte, die ich nicht ganz so mag. Also sie haben einen sehr, sehr harten, schnellen Antritt und sie haben auch den Punch und sie haben auch den Druck, aber am Ende wird das Ganze nochmal so leicht abgesmoothed und ist sehr, sehr elegant und deswegen haben sie jetzt vielleicht nicht den beeindruckendsten, also nicht so eine Art wie jetzt Nubot Bass oder so einen extrem schiebenden, aber da ist definitiv ein bisschen mehr Volumen da, zum Beispiel bei den Elysien, wo es mir ein bisschen zu dezent war, aber sie halten noch gut Abstand, bevor irgendwas in die Mitten blutet, bevor irgendwas zu penetrant wird und das eben mit einer sehr, sehr schönen Auflösung, mit einer Top-Dynamik, also der Bass weiß zu überzeugen, klar, es gibt welche, die tiefer spielen, die heftiger spielen, die da vielleicht nochmal mehr Dynamik mitbringen, aber gerade für Musik ist die Abstimmung hier einfach so, so ausbalanciert und so feinfühlig Absolut top und wenn wir schon von feinfühlig reden und das, was ich auch vorhin erst gesagt habe, die Mitten, also gerade der Gesang, das ist hier eben ein Level, wo ich so abgestimmt eben auch gerade mit der Balance, mit dem Rest eigentlich noch so bei keiner anderen Marke mitbekommen habe, denn ihr bekommt ja einen sehr, sehr schönen, vollen, warmen Körper, wie schon gesagt, eben mit dieser breiten Dialogbühne, wo halt Stimmen sehr, sehr viel Körper haben und eben natürlich vor euch wirken, aber es klingt eben so viel eher wie eine echte menschliche Stimme, die eben vor euch steht und nicht eben durch Lautsprecher projiziert wird, dann habt ihr diese gefühlvollen Stimmen, also das kommt nachher noch bei den Genres zu tragen, gefühlvolle Frauenstimmen oder Balladen von Männern und auch gerade eben tiefere Männerstimmen oder höhere, sanftere Frauenstimmen, allerdings eben mit sehr, sehr viel Körper und Finesse und so weiter, das ist hier das, was einem Gänsehaut gibt, wo einem fast schon die Tränen in die Augen kommen, weil das kann bei richtiger Musik so genial passen, weil ihr habt hier einfach die Details, als die Klarheit, diese Luftigkeit, diese Unbeschwertheit, die ich bei Gesang so selten, so präsentiert kriege und deshalb eben nicht rausgestellt aus den Instrumenten oder aus dem Ganzen, sondern einfach so passend integriert, dass es allerdings, wenn ihr euch darauf nur konzentrieren wollt, möglich ist, aber ihr genauso noch die ganzen Instrumente mitbekommt. Das finde ich so genial und dann eben das Ganze abgerundet durch nahezu perfekt abgestimmte Höhen, wo halt nie was unangenehm wird, aber auch weit ab von irgendwie Dumpf ist. Ihr habt hier diese Luftigkeit, ihr habt diese Klarheit eben auch, diese schöne Bühne, alles schön gelöst vom Lautsprecher, nie scharf, keine S- und Zischlaute, aber eben die Höhen da, wie soll ich das anders beschreiben, absolut super, also angenehm, aber ihr bekommt noch die Details. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Detailmonster, die sie euch zuschießt, aber wenn ihr euch nur ein bisschen drauf konzentriert, dann kriegt ihr die alle absolut eben allerdings in, ja, ohrenschmeichelndster Form wiedergegeben. Genres. Ich würde gern sagen, sie können alles und das können sie auch jeden Fall auch, aber es gibt natürlich Lautsprecher, die bestimmte Genres, einfach weil es da so Riesenspannen gibt, einfach besser abdecken, weil die sind zum Beispiel, wie schon erwähnt, für A Cappella Musik, für Balladen, für Klassik, für Rock und für alles Sanftere, Anspruchsvollere, ein bisschen Gefühlvollere sind es die Traumlautsprecher schlechthin. Wo sie aufgrund dessen, dass es einfach nicht gehen kann, halt nicht so überzeugen oder nicht so für gedacht sind, sagen wir, ist da natürlich basslastige Musik, also jetzt gerade extrem harter Dubstep oder Elektro und sie haben, wie schon gesagt, sie haben den Bass mit dem Schub und dem Druck und mir hat so eine Musik absolut Spaß gemacht, aber die Leute, die halt so eine Art Musik hören, denke ich mal, wollen einfach diesen härteren, trockeneren, schnelleren, nochmal extremeren Punch, den bekommt ihr nicht, aber wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass sie dafür eben konzipiert sind und Heavy Metal sind sie super gut klargekommen, solange halt halbwegs gut gemischt ist, aber mir ist halt auch definitiv aufgefallen, dass die halt schon ein bisschen eher eben etwas an sich haben, was die Premium zum Beispiel nicht haben, denn bei dem Premium klickt auch schlechtere Musik, wobei es jetzt nicht verschönt ist, immer noch gut, aber hier ist es halt so, habt ihr schlechtere Musik, dann merkt ihr das hier schon eher, weil es eben ja schneller dargelegt wird, aber habt ihr eben bessere Musik, dann hat die eben das Potenzial, das euch nochmal eben in Form von nochmal einen besseren Klang zu geben, deswegen, wenn ihr auch sehr, sehr viel schlechtere Musik hört, dann sind sie nicht unbrauchbar, auch sehr, sehr gut getan, aber da gibt es welche, wo halt einfach dadurch, dass sie da ein bisschen legerer damit umgehen, ein bisschen so, das nicht eben so, ja, akkurat wiedergeben da, vielleicht geeigneter. Ansonsten, ein Subwoofer braucht man, meiner Meinung nach, für Musik absolut nicht, denn gerade alle echten Instrumente, wo die eigentlich prädestiniert sind, weil gerade echte Instrumente sich hier anhören, wie echte Instrumente vor euch und eben nicht wie von einem Lautsprecher wiedergegebenen Instrumente und die gehen in der Regel nicht tiefer, denn ich glaube so, die meisten Normalen hören bei 40 auf, wenn wir jetzt mal von der Orgel ausgehen, also mal abgesehen, die bei 8 Hertz ist, spielt kein echtes Instrument eben unter 30 Hertz und bis dahin können sie alles wiedergeben und ansonsten ist ja nur alles, was eben geboostet ist, eben noch tiefer. Equalizer, einer nötig, also laut, nach meinem Geschmack, beim besten Willen nicht, ich wüsste nicht, wo ich da ansetzen soll. Film, sie sind definitiv filmtauglich, weil sie auch, wie gesagt, gerade das Volumen und diese Basswellen und alles mitbringen können, aber auch wenn die Dialoge dort voll überzeugen können und es gibt natürlich auch passende Center und auch eben Subwoofer sind sie meiner Meinung nach eher für Musik gedacht, aber Filme ab und zu gehen, aber da habe ich eben, wie schon gesagt, dadurch, dass gerade manche Filme da ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Pegel brauchen, dann braucht ihr auch wirklich viel Saft und einen sehr, sehr bodenständigen Subwoofer, der auch die Reserven hat. Ich meine nicht Subwoofer, sondern Verstärker. Kundschaft, ich denke mal eher so anspruchsvollere Musikhörer, die schon länger Musik hören, die einfach wissen, was sie wollen, die eben, ich nenne das jetzt mal anspruchsvollere Musik hören und es soll jetzt nicht heißen, dass jetzt Popmusik nicht anspruchsvoller sein kann, aber eher was eben musikalisch anspruchsvolleres, also eher echte Instrumente, wo eben da noch die Kunst eben sich zeigen kann und irgendwas alles in der Art und auch gerade Gesang, je feiner und je gefühlvoller, desto eher halt absolut passend. Preisleistung, wie schon gesagt, also 11,5 ungefähr, offiziell sind sie, ich glaube, bei 2,5 ist eine Stange Geld, sie sind es meiner Meinung nach absolut wert, natürlich bei 8,5 wären sie mir deutlich lieber gewesen, aber ja, jetzt gerade im Vergleich zum Beispiel zu den Elysien, die ja glaube ich nur 7,5 Tausend kosten, zahlte ich ja schon ein gutes Stückchen mehr, aber die sind vielleicht für eine, also aus einer Art zum Glück nicht ähnlich genug, denn die Elysien ist da nochmal deutlich neutraler, könnte zwar tiefer, ist da allerdings so dünn abgestimmt, dass es so nicht rauskommt, aber die ist für nochmal weniger Mainstream gedacht, also die ist eigentlich ein besserer Rounder, weil sie meiner Meinung nach Genres ein bisschen passender abdeckt als die Elysien, die Elysien war da schon sehr, sehr spezifisch, speziell was abspielen will, Vorteile, oh, die müsste ich mir jetzt halt echt aus dem Kopf rausholen, weil ich sie mir nicht notiert habe, aber Optik, wenn auch vielleicht subjektiv, aber definitiv mal die Verarbeitung, Verpackung fand ich cool, also wie gesagt, ich habe selten einen so leicht auszupackenden Lautsprecher gesehen, was mir auf jeden Fall beim Einpacken es leichter machen wird, wobei ich fasse die nicht an, da würde, ja gut, dreißen kann ja nichts mehr, aber würde nicht klappen, weil da das Gelenk halt offen ist, aber da waren nur zwei Schaumstoffdinger und dann in die Packung rein und ihr müsst halt nichts aufbauen, fand ich eine coole Sache, aber ansonsten halt, ich bin ein Riesenfan von Passivmembranen, weil ihr halt die Vorteile habt, eben Klang vom Bass her wie ein geschlossenes, aber eben mit den Vorteilen von einem Bassreflex, ohne die Nachteile von Bassreflex, ist für mich einfach das ideale Ding, dann eben die Klangabstimmung wieder mal, gerade in Verbindung mit einem Verstärker, der eben ein bisschen luftiger, ein bisschen detaillierter fällt, aber definitiv nicht analytisch klingt, eben mir absolut passendes, klanglich von den Eigenschaften absolut super und was ich eben mit super meine im Vergleich zu was eben günstiger und dazu komme ich noch im Vergleich eben zu der Premium 701 und ja, im Prinzip alles, was es an Kategorien bei mir gibt in super Tönen, also auf jeden Fall noch hervorzuheben wäre natürlich die super Bühne, Gesang, Balladentauglichkeit und so weiter, bei naja, Preis setze ich da jetzt einfach mal rein, weil es definitiv nicht bei negativ ist, aber irgendwo muss ich den schon erwähnen, dann die Abdeckung, die Farben, ja, vielleicht noch naja, auf jeden Fall ja doch der Verstärker, dass wir da halt schon Power brauchen, um eben das rauszucken und dann vielleicht noch, dass er einen etwas größeren Raum braucht, wobei das ist ja spezifisch für das, was er es nutzt und nicht wirklich jetzt pro Nacht hat oder so weiter, also in kleinsten Räumen denke ich mal spielen sie relativ gut, ich konnte es jetzt nicht in meinem kleinen Raum testen, aber ich glaube nicht, dass jemand, der sich solche Lautsprecher kauft, die einen 15 Quadratmeter Raum aufstellt, dann kann er sich schon die 701er holen und die sind dann schon tauglich oder die 501er und ja, Fazit muss ich nicht sagen, also die Dinger, wer das Geld hat, wer auf die Abstimmung steht, wer auf diese Musikrichtung, in die sie eben bevorzugt steht, der ist ja absolut genau richtig und muss halt das Geld mitbringen, ist halt einfach so, aber top. Alternativen, ich habe in der Liga selten, also eigentlich noch nichts getestet, am nächsten dran wären eben noch Dialysien gewesen mit 7,5, bekommt ihr da vielleicht ein bisschen mehr Lautsprecher fürs Geld, wobei ich den definitiv hervorziehe, weil er einfach deutlich dem entspricht, mehr was ich eben gern habe, waren mir Dialysien ein bisschen zu kühl, vielleicht ein bisschen zu verhalten, einfach nicht so gefühlvoll und das haben die halt und das machen sie halt so geil. Was ich allerdings noch kurz die Zeit nutzen möchte, ist eben ein Vergleich mit eben der 701er und eben 511er machen, da das allerdings ein bisschen länger dauert und ich glaube, ich meine Zeit überschreite, mache ich da jetzt nochmal einen Schnitt. So und eben, um ganz sicher zu gehen, habe ich jetzt nochmal einen neuen Clip gestartet, weil die ganze Sache nochmal ein bisschen länger dauern könnte, also ihr könnt es auch gerne überspringen, aber da ich eben beide da hatte, da ich ja die Premium 701 besitze und eben die 511er, hat mich gerade zwischen den zwei eben gereizt, um eben zu sehen, ob das vielleicht ein Upgrade wert wäre, habe ich mir die genauer zu Gemüte geführt und auch hin und her getestet ohne Ende und ich lese euch jetzt am besten einfach mal, weil es Zeitsprache und da ist einfach meine Notizen alle vor, die sind jetzt nicht unbedingt geordnet oder Sonstiges, einfach damit ihr mal grob nochmal einen Geschmack dafür bekommt oder ein Gefühl dafür, was die eben noch besser machen, als eben schon Lautsprecher, von denen ich ja mega begeistert bin, sonst hätte ich sie nicht gekauft. Okay, also die Coax haben ein bisschen weniger Mittenbetonung, da habe ich schon gesagt, da der Gesang ist einfach beinahe 701er nochmal ein bisschen betonter und ein bisschen herausgestellter, fand ich zwar auf eine Art, als ich sie eben im direkten Vergleich genau das, was ich wollte, aber dadurch, dass die halt im Mittenbereich eben nicht dieses leicht Betonte hat, war sie einfach nochmal ein bisschen neutraler, klarer und das hat mir dann auf Dauer doch besser gefallen und das sogar entscheidend besser in dem Falle, was nicht heißt, dass die 701er dadurch schlechter ist und das kann man ja auch mit verschiedenen Faktoren ja noch sowieso beeinflussen. Ansonsten, wie schon gesagt, die Höhen sind klarer, transparenter und ohne absolute Überbetonung, generell auch null gefärbt. Nicht, dass die Premium gefärbt sind, aber im Mittenton war da, das ist jetzt sehr, sehr ähnlich vergleichbar wie zum Beispiel mit dem Halferman Ananda, der dieses auch leicht gefärbt hat. Da sind die 701er, denen so passen, deswegen gefallen mir die beide auch wahrscheinlich und die Premium werden dann schon eher so ein HE6 SE, falls ihr die Videos kennt und wisst, was ich da jetzt meine. Ansonsten, die Bühne generell leicht weiter nochmal, noch ein bisschen luftiger und noch ein bisschen unbeschwerter. Unbeschwert kann ich ein bisschen schwerer in Worte fassen, als abgesehen von dem, was ich sage. Ansonsten, Premium hat eine etwas intensivere, breitere Gesangsbühne, die ist einfach nochmal, wie schon gesagt, ein bisschen betonter, ein bisschen mehr einbindend, dafür ist auch die 701er leicht wärmer, minimal gefärbter, wie schon gesagt, eben, aber auch eher fast, was entspannt ist, die schon ein bisschen dadurch, dass sie neutral ist, jetzt nicht nur analytisch, aber die fordert ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von euch. Also die ist nicht, dass sie nicht fürs Chillen geeignet sind, absolut, aber die anderen halt ein bisschen eher, weil da halt nicht ganz so viel da ist, wenn man genau darauf achtet, was zu hören wäre. Ansonsten, Coax, besserer Allrounder, muss ich am Ende des Tages einfach so sagen, einfach weil sie im Bassbereich nochmal ein bisschen mehr können, weil sie obenrum im Detailbereich nochmal ein bisschen mehr können, aber die 511er kann auch, hört sich jetzt vielleicht heftig an, aber deutlich tiefer vom Bass, auch voluminöser und diese zwei Hertz anscheinend geben einfach nicht das dar, was sie wirklich können, gerade auch durch die Passivmembranen macht sich das mehr spürbar, als ich eigentlich gedacht hätte, ohne dass der Bass ja betonter wirkt. Okay, weiter. Ansonsten, 511 passt besser zu einem breiteren Spektrum an Amps, braucht aber Power, das heißt, bei den Premium brauchte man einen schon fast hellen Lautsprecher, damit der das ein bisschen betont. Das ist, wie gesagt, mit der Project, der DS2-Kombo absolut der Fall, aber zum Beispiel konnten die Coax auch gut mit den Audio-Lab und Quad klar kommen, also da hat mir dieses, was die halt höher machen, was dort nicht der Fall ist, eben nicht gefehlt bei dem Premium, fehlt immer das dann, da brauchte ich eben den passenden Amp, aber wie schon gesagt, mehr Power braucht ihr auf jeden Fall. Dann die 701er glänzen halt eher an einem hellen Amp, wie schon erwähnt. 511er im großen Raum wirken, ein ganz kleines bisschen weniger angestrengt, weil sie halt noch mal mehr Reserven haben und so weiter. Nicht, dass jetzt die 701er angestrengt klingen, aber im Verhältnis merkt man, dass die halt schon, ja, für ein bisschen kleine Räume gedacht sind. Nicht, dass der Raum jetzt zu groß wäre, das absolut nicht. Da kommen auch absolut noch problemlos, klar. Aber sie füllen den, die füllen den Raum halt noch mal ein bisschen schneller, besser und was ich anfangs nicht gedacht hätte, auch schon bei leiseren Lautstufen. Also wie schon gesagt, das hat sich nach dem Einspielen wirklich noch mal deutlich verbessert. Ansonsten haben die 511er auch noch etwas seidigere Höhen, allerdings im positiven Sinne. Das heißt, sie haben es geschafft, genauso angenehm zu bleiben, aber euch trotzdem mehr Höhen, Brillanz zu geben und Details und so weiter. Das muss man erst mal schaffen, ohne dass man es eben so übertreibt. Sind die die 511er den doppelten Preis wert? Kann man so nicht sagen, aber auf jeden Fall sind sie halt eben im Vorteil in einem größeren Raum, bei einem stärkeren Amp. Höhere Pegel könnt ihr spielen, Preis, Leistung ist natürlich schlechter, aber wenn man eben das haben will, dann sind sie halt die Option, was man halt bei der 701er nicht bekommt. Ansonsten 511er super authentisch und echt, also dieses echt Instrumente-Feeling fand ich super, dieses akkurate, neutrale, super natürliche und eben weniger Lautsprecher-Feeling. Schwern würde zu was. Deswegen lass ich es. Ansonsten die 511er nochmal ein bisschen klarer, transparenter, leise Details kommen besser zur Geltung, also bei leiseren Lautstärken. 511er ist etwas kühler im direkten Vergleich. Nicht, dass sie kühl ist, aber im Vergleich zu der nochmal ein bisschen wärmeren 701er kühler, aber immer noch leicht warm. Und nach kurzer Eingewöhnungszeit ist das absolut weg, weil das ist halt das, wenn ich auf die 701er wechsle und die eine Weile höre, dann denke ich mir, ah, das warme, das gefällt mir super gut. Aber dann, wie schon gesagt, wenn ich eben auf die Koax wechsle, dann finde ich dieses leicht eben ungefärbtere nochmal neutralere einfach so gut, dass ich dann nachhinein, wenn ich es dann mal höre, nicht mehr wissen will. 511er, Tiefenwirkung, auch nochmal ein bisschen intensiver die Raumwirkung. Die Vocals schweben einem entgegen. Das ist einfach unbeschreiblich, wie der Gesang dann einfach da ist und lassen wir es einfach so. Das müssen wir nicht erklären. Man muss nicht immer alles in Worte fassen. Ich denke mal, aus der Mimik und Gestik sagt das schon aus, was ich sagen will. Dialoge in Filmen sind nochmal ein bisschen klarer, tonal korrekter und eben noch ein bisschen leichter rauszuhören. Also alle, die das dann wollen, dadurch halt vielleicht für Actionfilme vielleicht weniger beeindruckend. Aber die 511er, wie ich auch schon gesagt, haben die Basswellen auch. Beim Bass, wie schon gesagt, spürbarer, voluminöser und gehen halt auch gutes Stückchen nochmal tiefer. Dann, größter, erster Unterschied. Also wenn man jetzt beide hört und direkt wechselt, wenn ich, das allererste, was einem bei den beiden auffällt am Unterschied, wären, dass die Vocals bei der 701er größer sind, die 511er eben diffuser, aber breitere und luftere Bühne haben und eben nochmal akkurater und natürlicher und eben neutraler. Dann bei den 511ern die Bühne nicht so real wie zum Beispiel bei den Elysien. Das ist mir eben aufgefallen und das liegt vielleicht auch daran, habe ich so das Gefühl, dass je neutraler, gerade im Mittenbereich ein Lautsprecher abgestimmt ist, desto natürlicher wirkt er allgemein von der Bühne, weil da in bestimmten Sachen wirkte der Elysien halt extrem original. Nicht, dass der das nicht macht, aber der hat halt ein bisschen mehr Mitten, der hat halt ein bisschen mehr Bass oder sagen wir mal wärmer und dann wirkt es für mich im Vergleich dann weniger natürlich oder weniger real. Aber das, wo das bei der Elysien zur Geltung kommt, ist ein so kleiner Punkt, wo der dann für andere Stärken hatte, die deutlich mehr auswirken. Also das ist so ab und zu mal ein bisschen was merkbar. Ich hoffe mal, das merkt man. Ansonsten, wie schon gesagt, die Project-Serie passt sehr gut klanglich, wenn es geht halt die stärkeren. Ihr könnt auch vielleicht zu den RS greifen, wobei die DS2-Serie eben heller abgestimmt ist als noch die RS. Die RS war mir ein bisschen zu locker, da war mir ein bisschen zu vergeben teilweise schon. Aber klang auf jeden Fall besser als die Quad und Audio Lab, die auch einiges teurer waren. Also nur mehr Power, nur mehr Preis reinknallen, sagt noch lange nichts aus. Aber ihr müsst, glaube ich, schon relativ gut auch Geld reinstecken in den Verstärker eben. Und dann, ja, 511, Unterscheidung zwischen Gesang und Instrumenten, noch differenzierter. Ja, das heißt praktisch, dass ihr die einzelnen Instrumente feiner raushört und auch eben der Unterschied zwischen Gesang und Instrumenten, die Trennung ist leichter. Das heißt nicht, dass ihr jetzt die abgehackt hört und nur Instrumente, nur Musik, sondern ist klarer rauszuhören. Auch komisch zu erklären, aber ich habe genug erklärt, glaube ich. Ich möchte das Video nicht noch länger machen, als es schon ist. Ich würde sagen, ich habe euch im Prinzip alles an Informationen gegeben, was ich euch geben könnte. Präsentationsarm, diesmal ein bisschen. Aber ja, ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich hoffe mal, trotz dessen, dass ich jetzt nicht so aus mir herausgegangen bin, wie ich es sonst gern machen würde, habe ich auf eine Art rübergebracht, was ich von denen finde. Also, ich sage auch mal, ein Zeichen dafür, dass sie sehr, sehr hohen Stellenwert haben, ist, dass ich überhaupt angefragt habe bei Bieger, ja, für wie viel ich sie denn hier stehen haben könnte. Aber dadurch, dass ich schon, wie ich schon anfangs erwähnt, jetzt eben knappe fünf, sechs Monate, ja, Verdienstauswahl habe, also geringeren und die ganzen anderen Extrakosten, ist einfach gerade kein Geld übrig. Wenn man das Geld allerdings übrig hätte für sowas. also, ich bin momentan gerade froh, dass eben die Versuchung absolut erlischt, weil es einfach nicht möglich ist. aber, geile Dinger. Ja, dabei soll es belassen sein. Ich wünsche euch noch was und wie schon gesagt, Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.